Heute bin ich unterwegs auf dem Vierneburgweg. Ein Traumfahrt hier in der Gegend. Mal gespannt. Wetter ist kühl. Wir haben etwa sieben Grad. Es ist windig. Schauen wir mal, was der Weg bringt. Ja, hier gibt es ein Traumpfädchen und einen Traumpfad. Traumpfädchen geht jetzt hier links. Ich muss aber heute diesen Orangenen folgen. Ja, und nicht den Hellblauen. Da hoch geht's. So, ich komme rein zum Tor der Vierneburg. Bin etwas außer Atem. Bin jetzt gerade den Berg hochgelaufen. Da bin ich gerade reingekommen. Ganz hoch. Ja, ein bisschen Burgmauer. Ganz nett hier. Ja, ich bin heute das erste Mal mit einer Einlegesohle unterwegs. Der Arzt hat festgestellt, die Rückenschmerzen, die kommen davon, dass mein linkes Bein einen Zentimeter kürzer ist. Und jetzt habe ich so ein Fersenkissen und habe das aber in den Wanderschuhen bisher noch nicht benutzt. Macht sich nicht super gut. Also für eine längere Wanderung muss ich unbedingt die Schuhe erhöhen lassen beim Fachmann, weil man leicht oben rausschlappt aus den knöchelhohen Schuhen. Und ich glaube, für eine lange Wanderung ist das nicht so optimal. Aber für heute ist es okay. Es geht. Ja, wie ihr seht, sonst habe ich immer meine Merino-Woll, meinen Merino-Woll-Buff an. Und ich habe mir mal noch zwei, drei andere gekauft. Ich habe jetzt mal noch so eine Mütze gekauft. Die ist doppellagig, hält relativ schön warm. Auch in Türkis mag ich gerne. Und ich habe noch einen Buff gekauft, der winddicht ist. Der ist mir aber einen Tacken zu groß. Den muss ich irgendwie kleiner nähen, ein bisschen enger nähen, weil sonst bringt der nächste Pfeif der Wind dann unten drunter durch. Ja, genau. Immer mal was anderes. Habe ich jetzt lang genug gehabt. Der Merino-Woll-Bach, bestimmt schon fünf Jahre oder so. Ach, da unten, da fließt ein kleines Flüsschen. Und da geht es für mich weiter. Ja, der Baum ist ja ungewöhnlich gewachsen. Also der hat hier unten, geht es quer. Und nochmal hoch. Der hat zwei Spitzen. Ungewöhnlicher Baum. So, nachdem ich jetzt einen Riesenberg hochgelaufen bin, geht es jetzt hier oben relativ flach weiter. Da vorne laufen noch mehr Wanderer. Die sind schon die ganze Zeit vor mir. Ja, ich liebe ja diese lichten Laubwälder. Mischwälder mag ich auch noch. Aber diese reinen Nadelwälder, da habe ich immer das Gefühl, ich bin bei Hänsel und Gretel. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sitzt das irgendwie tief aus der Kindheit. Nadelwälder ist gleich unheimlich, ist gleich Hänsel und Gretel. So, ich bin jetzt hier raus aus dem Wald. Habe jetzt hier eine schöne Aussicht. Da unten ist die Burg, die Firneburg. Ja. So. Da aus dem Wald bin ich gekommen gerade. Ja. Und hier geht es weiter. Blumenraterheide. Ja, so komme ich mir jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen vor wie in der Heide. So offene Wiesen und dann zwischendrin immer so ein bisschen... Ja, Pflanzen. Ja, wenn ich das richtig sehe, habe ich etwa die Hälfte geschafft. Ich bin hier mitten in Firneburg losgegangen. Einmal drumherum. Und jetzt bin ich hier. Und der Rest, der fehlt noch. Oder andersrum. Andersrum. Ich bin da losgegangen. Hier gerade über die Straße rüber. Und bin jetzt hier. Und der Rest fehlt noch. Ah ja. Genau. Hier wächst sogar das bekannte Heidekraut. Wacholderbüsche, Kiefern, Wienerheide. Und immer wieder wunderschöne Ausblicke. Ich kann das richtig genießen heute. Da vorhin auf dem Schild stand, dass diese Wacholderheiden hier in der Osteifel entstanden sind vor hunderten von Jahren, als die Schafe und Ziegen hier alles kahl gefressen haben und nur die stacheligen Sträucher und Pflanzenschaben stehen lassen. Und dass heutzutage diese Wacholderheiden zuwachsen würden, wenn man die nicht mit schweren Geräten immer mal wieder frei machen würde. Ich sehe das irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich ja, diese Wacholderheiden haben bestimmten Tier- und Pflanzenarten, geben die einen Lebensraum. Und wenn diese Wacholderheiden zuwachsen, dann verschwinden diese Lebensformen. Und ich denke aber dann auch immer, meine Güte, das ist der Lauf der Natur. Und dann siedeln sich halt andere Lebensformen an. Andere Pflanzen, andere Tiere. Und es wäre eigentlich ein natürlicher Vorgang, wenn diese Wacholderheiden dann nicht mehr da sind. Aber es gibt immer für und wieder. Oh, hier wird es politisch. Ich bin da ein Ort der Kraft. Ich werde zerstört. Ja, schaut es euch an. Ja, diese gefällten Bäume. Ich habe jetzt auch gerade entdeckt, warum die gefällt wurden. Der Borkenkäfer ist hier unterwegs. Sieht schon cool aus. Auch wenn der echt gefräßig ist, der Kerl. Ich liebe das ja, solche schmalen Pfade. Und da geht es runter. Ich bin froh, dass es nicht regnet. Das ist nicht das supertollste Wanderwetter. Aber es ist trocken. Ich bin froh, dass es nicht gleich ist. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, wen haben wir denn da? Ah, ein paar Schneeglöckchen. Gleich bin ich einmal rum, hier nochmal ein Blick auf Vierneburg, da unten steht mein Auto, habe ich geparkt, vor allem bin ich hier bei der Kapelle hoch, da hoch zur Burg und dann irgendwo da hinten im Wald verschwunden. Ja, jetzt bin ich fast einmal rum, hier ist ein Picknick-Tisch und jetzt geht es die letzten paar hundert Meter zum Auto. Ah ja, die Wildschweine hatten Hunger, alles zerwühlt hier am Rand. Oh ne ey, kann ja jetzt nicht sein, auf den letzten paar Metern hier der absolute Supermatsch. Toll, ich hatte mir gerade in der Fitze die Schuhe sauber gemacht. Jetzt bin ich wieder total vermatscht. So, wieder zurück am Auto, werde jetzt mal was trinken. Ich nehme das immer mit, aber irgendwie nehme ich mir unterwegs nie die Zeit dafür. Ja, war ein netter Weg, waren jetzt knapp zehn Kilometer, war schön mal wieder so was langes gelaufen zu sein. Mal schauen, was als nächstes dran ist. Im Sommer würde ich gerne den Westweg im Schwarzwald gehen, sind knapp 300 Kilometer, brauchen wir etwa zwei Wochen für, bis dahin muss ich fit sein. Daumen nach vorne,onen wir etwa zwei Wochen für zwei Wochen für ein paar Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020